Servus Freunde, Don Dino hier. Ich hoffe euch geht es allen gut, trotz der schwülen Hitze. Bevor dieses Video beginnt, noch ein paar Infos. Wir bedanken uns echt bei den ganzen neuen Abos und bei den alten dazu gekommen sind. Also fettes Dankeschön. Wir hatten nie gedacht, dass wir alle zusammen hier was auf dem Kanal auf die Beine stellen können. Außerdem werden wir ab jetzt jeden Sonntag auf Twitch streamen. Also das wird ein fixer Tag. Sonntag gibt es immer einen Stream. YouTube ist ein paar Dinge hinterher, was Streamen angeht. Daher bleiben wir jetzt auf Twitch und werden auch nicht mehr auf YouTube streamen. Wer mitzocken will, morgen, dem 5.8. morgen wird ein Konsolen-Stream sein. Einfach einschalten und wir laden euch dann ein. 18 Uhr wird der Stream sein. Außerdem habe ich vor, noch auf der Konsole einen Clan für unsere Zuschauer zu erstellen. Also wenn ihr Bock habt, Teil von uns zu werden und später bei Turnieren mitzumachen, die wir veranstalten werden. Mit Preis, Preisen und was weiß ich. Joint einfach den Clan. Habt Spaß zusammen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis morgen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis morgen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video und bis morgen. Aber was geht los. Gänse Fleischmann, kill machen! Ein Gegner wurde geknechtet! Weg! Ist hier. Komm zum Buch. Ja, komm, lass mal Blumen. Ja, komm, lass mal. Ein Warrior ist nur so gut wie die Bladen. Mehr mittleren Tauern sind unter Attack. Matt. Ich nehme an, ihr habt das Spiel von gestern... Oder, es war nicht gestern. Was ist trotzdem? Ja. Habt ihr das mit Irland gewonnen? Nee, Alter. Das haben wir verloren. Die haben Late Game richtig hart auf die Fresse bekommen. Die hatten einfach viel zu viel CC. Du hattest vollkommen recht, so. Kannst Late Game gar nicht mehr haben. Kannst Late Game gar nicht mehr haben. Ups. Ja, zumindest hat dir der Silver Branch geholfen. Alter, das war ja richtig krass. Hast du ein paar Bocken? Ja. Gib mal auf China Bock. Gib mal auf China Bock. Ich habe das Item nie wahrgenommen, ehrlich gesagt. Das Item ist so broke, ich kaufe das immer auf Fucker und Erlang. Ich glaube, das muss ich mal auf ADC holen. Nee, auf ADC kackt das rein. Echt? Ja, das paar kriegst du nur auf Nahkampfgegner. Oder halt auf Nahkampfspiele. Hä, wieso kriegst du das nicht auf ADCs? Weil die Stack Rate zu kurz ist dafür. Ah, okay. Und ich will es da eindeutig besser bekommen. Ach, what the fuck. Ach du Pisa, Alter. Geh schonmal zum Red. Die kommen. Ja, wir können. Na, noch halte ich sie auch. Ah, jetzt komm du. Ich bin auf China Bock gerade. Okay. Komm, komm, komm. Oh. Oh, du hast ihn eingefallen. Zwei Bomben. Zwei Bomben. Nein, du hast ihn aus meiner Bombe gezogen. Aber passt. Nein. 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 Ich wollte gerade aktivieren. Ich habe keine Mana mehr. Egal. Ja. China Bock, er geht. Schraub ist nur so gut wie die Blades ganzる, wie der Blades. Na, das war. Ja. Dann spare ich mir in Moment Skate one. Deine Box ist echt low Deine Box ist echt low das ist noch aber was ist gelähmt also falls die von der ecke kommen dann ich hab drei bomben zehn sekunden ich kann jetzt dann wenn du den reinziehen willst okay okay ja blinkulti habe ich zwei bomben ja blink rein und ulte die der ist in die wand rein ja rettet euch ich steck noch und voiläa oh ne uff zufrieden oh nein du hast ihn bekommen ja der channel bekommt jetzt auch nicht ok ah richtig durch die wand du hast ein Crusher Crusher? ja Crusher ist broken Hydras auch ja soll jetzt Hydras holen und Donner ja passt sehr geil erklärt die uff und geht direkt in den Tower alter wie so ne Schwur ja ist halt echt's alter, der channel bekommt wie ich ne Pussy ah ich try hat ihn halt deswegen hasse ich auch Assault Assault ist auch nicht so mein Gamemod manchmal ist es richtig lustig aber meistens ist es halt so Towercam die sollten machen dass wenn du einfach zu lange im Tower bist dass er dein eigener Tower dich ankriegt das wäre nice das Beste ist du kriegst du das komplette Scheißteam die Feinde gegen Sylvanus, Baron, Ra, Chang'an und kriegst du auch noch so, ja sauber ja alter Apache ist so gegen Nerfisch der Pussyrat oh shit alter CC zu Tode Elf ist tot was mach man oh nice ich hab gleich eine ich hab gleich eine ich hab den Hinten aber ich bin gestand für 3 Jahre alter oh shit oh shit oh shit ich bin gestand für 3 Jahre alter oh shit oh shit oh shit oh shit Alter, verpasst euch mal jetzt. Oh shit. Ach nein, ich habe schon rüberkommt. Du lebst doch, Alter. Ja, ich lebe auch immer noch. Nein! Na, Alter! Was zum... Ich feiere dieses deutsche Announce-O-Pack so hart, Alter. Ich muss mir glauben. Was gab's noch? Russisch? Ja, das ist aber richtig ätzend. Wieso? Sag dir nichts an, was mir gekabelt hat, oder? Doch. Echt? Ja. Also, das soll ich mir dann. Nein, ich hoffe. Ja, halbe Sekunde für mein... Fucking Bomb, ey. Ähm, bist du okay? Ja, ja. Es sei denn, der Top ist jetzt richtig gierig. Ja, easy kills, heute hier. Ja. Ich habe bling-wultig. Ah, Alter. Haha. Gut, das war ab. Ich mache Blu, dann geh ich. Ja, lass mal Blu machen. Ja, klar. Hier sind wirklich die Neufeinein. Das ist, was sie verbring. Ach, ich bin echt nicht. Ja, ich bin echt und behörden. Ich bin echt nicht. Was ist das für ein Jonoburg-Build, ey? Hast du einen Fick? Soul Eater. Ich hab das in meinem Leben noch nie gekauft, gell? Ich glaube, ich auch nicht. Früher hab ich das auch gekauft. Soul Eater geht an manchen Geld dann schon. Die Ability Damage machen. Ja, eben. Wie Ullo oder so. Da passt das. Ähm... Sonst... So wie der Difen, oder? Weil die kommt schon wieder nicht weiter. Wo ist die? Ja, das ist so langweilig. Der Toff, der geht halt auch nur auf Range. Was auch nicht komplett langweilig ist. Ich guck mal von der Seite, dass ich in eine schöne Ulti rein kann. Okay. Ich hätte ja Weelix spielen müssen. Sind die? Äh... Ja, daneben. Absolut. Schade. Digga, der tut nur durch die scheiß Wandstun, Alter. Na, was sagen wir denn? Ich hab keine Bombs mehr. Okay. Huh. Huhuhu. China-Bug-Ageist. Ja, China-Bug-Ageist. Ah, der verwandelt sich in Tower. Stirb! Was? Nein! Scheiße. Oh, Mann. Halt, Halt's Maul. Oh, du Missgeburt, Alter. Verlückt der eh nicht. Halt's Maul. Halt's Maul. So ein Weißel. Wahrscheinlich hab ich den Hit dafür nicht bekommen. Habe mir nur 20 mal gehitelt. Ja. Verschuldete auch euch mal Red. Okay. Ja, aber China-Bug ist da. Kannst vergessen. Hey, der hat keinen Beats und keinen Exs mehr, gell? N-n-n. Aber ich bin Storm Secure, ist mir lieber. Als zu kämpfen, weil ich hab kaum noch einen anderen. Ja, ich sterbe, Blutty. Und auch nicht. Gebetet, Bitch. Tuf kommt gleich hier. Ah, ne. Komm schon. Halt's auf. Huuuh, kalkuliert. Alles kalkuliert. So. Ja, ich hab jetzt so wieder was zu weh. Okay. Okay. Toph und China-Bug sind hier. Toph und Blue. Okay. Ah, die Zähu. Oh shit Oh shit Two full decomf, ja Ah, der kommt von links Ja, ich komm Links ist hier noch Nein, der geht für mich Was ist denn da? Ne, ich hab keine Ahnung Naja, hat der doch nicht geholt Und der gammelt hier beim Blue Alter, der drückt rein, dieser Pisse So Boah, nach einer Viertelstunde immer noch keinen Tower, gell? Nö Ja, das muss man aggressiv spielen, Alter Wenn die dauernd im Towergammel, Alter Kannst du auch rein blinken Ich hab keinen Blick, du blinkst da Hol den Tower einfach runter Ja, Mann Wieso denk ich schon wieder Weil du eh nah geholt nicht Holla, jetzt ist diese Hure hier Ah Soll wir surrendern aus langer Weile, oder? Servus, Borgi Kirsten, willkommen zum Stream Guten Abend Ehh Oh, nice Wie habt ihr Ja 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 Bomben auf jeden Fall hab ich ja wohl Ich hab alle drei Bombs Ich hab alle drei Bombs Okay, ich hab auch heute hier, also China Rock hat, glaub ich, keine Feeds mehr Oh, was mach ich dann? Ich hab die Wave Ich bin voll reingedracht Oh Gott Ich wollte mich gerade umdrehen, aber ich hab vergessen, ich hab das Insta-Faust Alter, ich bin doch Kaga, Alter Ja Ja Ich hab die Wave Ich hab kein Wander mehr Hahahaha Hahahaha Huf dich, du Scheiße Boah, Digga Hat er mich gefällt Oh, probier's doch mit Pulver, Dino Oh, probier's doch mit Pulver, Dino Boah, Digga Hat er mich gefällt Oh, probier's doch mit Pulver, Dino Boah, Digga Boah, Digga Jetzt kriegen sie sogar Phoenix wahrscheinlich Nein, kriegen sie nicht genau Ja, wahrscheinlich lootet das noch Zwei Wall Wahrscheinlich gerade Freier Giant Ja Oh, das ist die Trap Ne, die machen nicht Ok, der Fafnick aufgelist die Wurz ein Haben die Wurz gemacht? Ja Diesmal haben sie es gemacht Wir können Fire Gen machen Ja Wenn der Fafnick aufgelistet Zone dann zu Ja Die hab keine Wurz Mach netter Wir kommen erst richtig spät Ok Ok, hau ab, Alter Wollen wir rein oder ab? Äh, die Sonne nimmst Hä? Hat er geblinkt, der Du? Ja Der hat Eggers Du hat Eggers Minutes Tuf ist tot Er hat Eggers Tuf ist tot Ok, ja Entendung, die Sonne nimmst good Bitch, meine Eier, Alter Oh ne, witz. Ja, das ist direkt zu viel. Ja, wir haben... Oh, wir könnten eigentlich sogar enden. 20 Sekunden. Ich mach 17 Schaden am Phoenix, Alter. Scheiß. Unsere Wave kommt jetzt auch rein. Ja. Ja, passt. Alter, schön mal lachen, ihr Wichser. Haben die nicht anders verdient, Alter? Ja, genau, ja. Fressen, Alter. Ey. Schau, und das Bulwark hat jetzt den Arsch gerettet.